Willkommen Leute zu meinem Let's Play Formel geht es heute an substanzial es geht los mit meinem neuen Projekt dann machen wir wir spielen das Spiel einmal habe ich es nun wirklich nicht durch ich muss hier jetzt mal gucken wie ich klarkommen werde mit der Steuerung dann geht's jetzt los die Geschichte ist freierfunden, jegliche Ähnlichkeiten mit Leben oder verstorbenen Personen, Gruppen oder ähnlich Organisation ist rein zufällig oder was da jetzt auch immer stammt so ihr werdet jetzt glaube ich auch ein paar alte Charakter sehen aber jetzt nicht direkt am Anfang sondern sie werden auch in irgendeiner Story vorkommen also Otakon ist bei Melchized 2 Substance und bei Sans of Libes hier ja da Substance ist ja immer das gleiche wie Sans of Libes ist jetzt egal schaut euch die Story an wir sehen uns gleich wieder haben wir gehen jetzt personen Leute die ys Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achtung! Das war's für heute. Was ist es? Fürsure? Nein, wir müssen die Aufmerksamkeit. I'm trying to do it for ya. Let's get my idea on the ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. Here it's system, Casata. Casata? I don't know the channel, right? Sure. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KO-62, the civil model. Look, Snake. All we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? Alright. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency is 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. So, das war jetzt auch eine lange Story. Das war es erstmal von meinem Let's Play. Mel Gisold 2 Substance. Ja, im nächsten Part, den wir glaube ich zum Verrazano Brücke. Aber wohl nicht so immer. Unsere Mission wird es jetzt sein Mel Gisold Rex. Oder nee, Ray zu fotografieren. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern. So, dann sehen wir uns halt eben bis zum nächsten Part wieder. Lasst euch überraschen. Ciao Leute.